Herzlich willkommen zu einem Programm besonders für Schultern und Arme, aber es ist natürlich wie immer ein Ganzkörpertraining. Aber besonders Schultern und oberer Rücken und Arme. Dazu sitzt du dich erstmal aufrecht hin, du musst nicht im Schneidersitz sitzen, du kannst sitzen wie du möchtest. Da müssen schon mal Arme und Schultern arbeiten. Auf der einen Seite dynamisch und auf der anderen Seite statisch. Und dann bleibst du oben, nimmst den Arm hierher, drückst mit dem rechten Fuß in den Boden, rechte Hand in den Boden und rotierst dich auf. Dann kommst du zu, dass die Schultern jedes Mal nach unten kommen, bevor du die Hand gut in den Boden hineinschiebst. Du hast das Gefühl, du schiebst dich in die Richtung, ja, in Kopfwärts. Schiebst die Hand, nimmst die Arme zur Seite und ziehst dich ein bisschen länger, kommst du etwas hoch. Und du tauchst etwas ein und du hebst etwas an.